Hi Leute und willkommen zurück zu The Expanse. Das wird ja schon spannend, jetzt sind wir im Wrack. Wo wir so etwas finden können. Oh, fucking Table-Scraps. Ah! Fuck! Alter. Alles voller Köpfe. Oh, Baratna. Sie ist verrückt. Der Typ ist voll der Arsch, kann das sein? Scheiße, ey. Finde ich immer gut, dass es direkt losgeht. Haben sich ja bei Fort Solis einige beschwert. Enough. Wer das Willkommen für uns hat, ist lange weg. Und sie haben hinterher ein großartiges Schiff, das noch ein paar Werte haben, muss noch ein paar Werte haben. Also geh aufschrauben! Sie haben alle deine Anrufe. Hör auf und mach deinen Job, damit wir zurückkommen. Den die Köpfe abgehackt, so da einfach liegen lassen, verstehe ich nicht. Was das für einen Sinn hat. Aufwerkanalyse. Hier wird das Protokoll freigeschaltet. Äh, ach wir haben noch, wir können doch die Protokolle. Hier. Wir haben das Protokolle. Bis jetzt ist das gesprächigste Crewmitglied der Kühlschrank. Foxes Aufzeichnungen sind bestenfalls lückenhaft. Laut diesem Protokoll ist der Großteil der Crew aber schon seit Jahren zusammen unterwegs mit Ausnahme von Maya Castillo. Eine Technikerin, die kurz nach mir ankam. Foxes Bitter nach Snacks sind zwar zahlreich, für dieses Protokoll aber nicht relevant. Okay, was haben wir hier? Missionsbesprechung. Schiff betreten, Bereich scannen, mit Wertsachen zurückkehren. Risikoeinschätzung. Niemand weiß, warum sich die Ushanabi in diesem Gebiet befand. Oder warum sie kein Notsignal abgesetzt hat. Der Grund für die Zerstörung, Piraten, Mars-Truppen könnten noch in der Nähe sein. Ah ja. Äh, wenn Cox Informationen stimmen, ist die Ushanabi ein brandneues Wrack. Die Vereinten Nationen werden wahrscheinlich ein weiteres Schiff schicken, um den Verlust ihres Schiffs zu untersuchen. Das könnte aber Wochen dauern. Cox wie immer übermütig, aber es könnten Wertsachen an Bord sein. Und hier? Die Ushanabi hat die Antriebssignatur des angreifenden Schiffs analysiert, wovor ihre Verteidigungssysteme getroffen wurden. Das Schiff, das sie besiegt hat, war eine UNN-Fregatte. Falls es durch die Köpfe nicht deutlich genug wird, Piraten sind für diesen Angriff verantwortlich. Sie haben bereits die UNN-Schiffe gestohlen und damit ein zweites zu Schrott verarbeitet. Was immer ihr Ziel ist, sie haben keine Angst dafür, die Erde zu verärgern. Alles klar. Aber das wirkt jetzt schon so ein bisschen horrormäßig. Warum machen Piraten sowas? Es ist nicht so, wie die Piraten einen schrecklichen alten Schiff herunterladen. Dieses Ding war praktisch brandneu. 2336, naja. Urnen Ushanabi im Auftrag gestellt, 2336, Fregatte der Leonidas-Klasse. Gebaut in der Busch-Schiffswerft. Morial. Ja, ja, das weiß ich doch. Aber was könnte es hier noch geben, was man noch gebrauchen kann? Dann sind alles schon weg. Prozessor. Ich habe einen intacken QPU hier. Schönen Bein. Okay. Ich könnte ja auch an der Decke langlaufen. Na klar, ich habe die Magnet-Boots, aber... Warte mal. Ich will mal kurz zurückgehen und gucken, ob es hier auch noch die Möglichkeit gibt. Ne, da muss so eine... Muss wie so eine Rampe sein, die ich hochlaufen kann, aber... Boink. Kasse. Ne, gibt es ja nicht. Sicherheitskammer. Fuel, Oxygen, scrap metal, wiring. If we can use it or sell it, it goes in here. Hier ist eine Wand. Immerhin. Könnte was für uns zu holen sein, ha? Oh, ich kann ja auch fliegen. Oder schweben, beziehungsweise... Oha. Oha. Looks like the crew didn't surrender their heads to the pirates without a fight. Keep an eye out for trouble while you're setting up the containment vaults. You ever cut anybody's head off, Ixel? Back when you ran with doors? One time, I cut a man's eyes out when he looked at me funny. For Rhea? Sure did. Wear them as earrings the next night. Beschenk, Fong. Ja, klar. Ich glaube, sie ist schon krass drauf, aber nicht so krass. Tide. Ja, zum Laufen auf dem Boden, genau. Oh, mit den L and R-Tasten kann ich kippen. War gut. Oh. Boink. Schau mal. Oh. There must have been one hell of a battle here. Hmm. Doesn't look like a typical pirate attack to me. I agree. Maybe they were looking for something big and couldn't find it. Left the heads to try and scare off anyone else. Oh, maybe they were a bunch of psychotic Pashang Wallers. Get your ass moving and we won't have to find out. Hm. Halte LT, um dich in vertikaler Richtung zu bewegen. Aha. Zeittafel. Okay. Macht sie ja sehr gezielt. This looks like a fabricator of some kind. Maybe for material printing? Do we? Yes. Gimme, gimme. Gimme, gimme. Hat ein bisschen was von Dead Space, ihr Schneidbrenner da, ne? Ein Plasma-Cutter. Aha. Und ihr war gut zerlegt, das Schiff, ne? Okay. Time to scavenge. Drummer. Looks like the officer's section is still intact. Go check it out. Oh, nein. You know the military. The brass always hoards the best shit. Hm. Das ist grob so. Ja, das drüben blinkt was. Hier geht auch noch was. Das ist voll geil, wie in Dead Space. LT für einen Vorwärtsschub, ja. Find da einen neuen Laser-Kristall. Ah, genau. Für den Doktor brauchen wir noch ein Laser-Kristall. Oh, hier geht's auch noch rein. Ah, der hat seinen Kopf noch. Europas Bane. Wer so mit dir gehört? Es ist ein von Toussaint Zappana's Schiff. Ah, fuck. Shoulda' known. Wer ist das? Der letzte Pirate-Flaver-Of-The-Month. Led a mining strike auf Europa. Stole ein paar Schiff. Now selbst-employed als ein full-time-murdering-psychopath. UNN hat sie gegeben her a wide berth. If she wanted to take out this ship, it means she had a good reason. Or, she's just a murdering psychopath. Heh, got it. Thanks. Okay, I've finished scanning the ship. Bad news first. The officer's quarters are secured with a fingerprint lock. You're going to need to... find... the right hand. An officer. Sabaka. But good news. According to the logs, the second Corporal Horowitz was in the mess hall at the time of the attack. Might be difficult to get his body back to the door, though. Don't need all of them. Oh, God. caveman! At once. I dunno. I'm actually going to leave you alone. No question. The figures don't make me then. Even the main combination Charles is running. Aber sie können weg. Wie geht's der Suche? Nicht viel zu finden in dieser Sea of Kaka. Du? Ich habe noch nicht gefunden, so far. Du heit, Abaratna? Exo hat die easy job in Sai, und sie kann noch nicht für Lotha finden. Es muss so schwer für dich, zu finden, auf dem Hull auf einem Schiff. Auf diesem Rack, ja. Es ist so viel PDC-Damage. Es ist 18, aber Hull. Während ich für Valuables hunt, Arlen und Rayan sind zurück da, zu holen, auf jeden Fall Scrap-Metal, das sie wegnehmen können. Okay. War's schon. Wie fast das aussieht, einfach mal. Und überall die kopflosen Leichen. Eieieiei. Voll geil gemacht. Hier. Brennstofffass. Aha. Wauw. 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 Oh mein Gott. Ich wünsche, ich könnte dein Gesicht jetzt sehen. Ich hoffe, du bist sehr stolz von dir. Ich werde ehrlich sein. Ich bin wirklich. Ich bin wirklich. Luftfilter. Wauw. Wauw. So, how long do you think the bodies have been like this? A couple of days? That's my assumption, after analyzing the footage of the heads and the remnants of the precipitating battle. What can you tell me about the heads, medically speaking? From the uniformity of the incisions, it seems clear they were done post-mortem. Very difficult to be precise if the victim is fighting back. Last time Khan smoked a cigar on the ship. Maya had to spend half the day cleaning out the air filter. Temperaturprotokoll. Äh, ja, Alarm. Temperaturveränderung außerhalb erwarteter Parameter. Blablablabla. Die Temperatur in diesem Bereich änderte sich flagartig, als der Rumpf durchbrochen wurde. Neben den Torpedos und PVW-Schüssen, um die Verteidigung der Ushanabi zu durchbrechen, nutzten die Angreifer auch eine gerichtete Energiepistole. Wenn sie ein Schiff dieser Größe überwältigt haben, müssen sie die Ushanabi entweder zahlenmäßig oder in Sachen Bewaffnung übertroffen haben. Ich schätze, die Gruppe war klein, gut koordiniert und bis an die Zähne bewaffnet. Ah, da bräuchte die Hand. Okay. Das wird nicht funktionieren. Ja, sie ist schon ein bisschen härter drauf, ne? Tess, wir werden geentert. Keine Ahnung, wie die unsere Scanner überwunden haben. Sie tauchen aber aus dem Nichts auf. Sagen, wir sollen uns ergeben, als würden wir uns einen Haufen von verdammten Skinnies ergeben. Habt ihr Kontakt zum Rest des Schiffs verloren. Wir stellen eine Barrikade auf und werden sie ab, verdammte Wilde. Sie brechen durch. Wurz zur Hölle haben die Piraten ein militärisches DEG her. Hätten uns nie so weit weg von zu Hause wagen sollen. Tut mir so la... Hey, Khan. Sie ist krass drauf, du. Aber die Tür haben sie wohl nicht aufgekriegt, wie es aussieht. Ah, United Nations Karte. Vereinigte Nationen in Ushanabi. Das map wäre hilfreich, wenn alle die Schöne noch zusammengekommen sind. Keine Ahnung. Ich habe eine Phase Array-Skan gemacht. Alles hat die Lidar-Lidar geschaffen, except für eine Gap in den Captain's Quarters. Ich werde es nachher in den Karten. Kommandos, das ist Private Takabe. Die Piraten haben mich gefragt, wie die Folgen gesagt haben. All die Crew-Members, except für die in den Karten'n Quarters, haben sie getötet oder getötet. Die Piraten wollen keinen anderen töten. Wenn du jetzt die Garten öffnest und ihnen ihre Suche erfüllst, werden keine mehr Leben verloren. Und sie können nicht verliehen. Oh Gott, bitte nicht! Arlen und Rayan haben die Erfahrung, die Mineralien auf Vesta zu holen, war eine große Hilfe. Auch wenn sie mich überrascht haben. Ein clean Palladium in diesem Recycler. Good pull, Drummer. UNN-Officers always keep a backup water recycler for themselves. Selfish UNN-Nakonji-Pensas. Always looking out for themselves. Every army in history has been the same way. A lucky few call the shots and reap the rewards. The rest are cannon fired. Heimtrainer. Innias have to work hard to keep their bodies in shape out here. Would be much easier for everyone if they just stay at home. Okay. Ich komme mal bei die Trümmer an. Ich weiß noch nicht, wie weit ich jetzt raus darf. Ah, eine Maschine. Alles mit mir vielleicht macht sie irgendwas. Alles mit mir vielleicht macht sie irgendwas. Shit, Drummer. How'd you know there was something there? Yeah, you're like a human scanner drone. You must let your senses guide you. Sight, sound, even smell. Until you and the ship have become one. Wait. Are you messing with us, Copeng? I'm trying, but you take all the fun out of it. Ja klar, du kannst hier draußen noch was riechen. Ist schon logisch. Oh, der Container hier. Ist da noch was? Ich habe ja hier diese... ...Pumpe... ...Panel entfernt. Oh, guck mal hier ist noch was. Das ist ein Graffiti. OPA Graffiti on the outside of the Containment Vault? How dumb can you get it? Hey, you wanna tell me why there's OPA Graffiti on our Containment Vault? Why not? You used to run things on series. Don't you support the OPA? The OPA has a lot of enemies. And you just stuck their symbol where anyone can see it. You think that's smart? She's got you there, Baratna. Yeah. Yeah, fine. But I'd rather be brave than smart. We know. Just paint it over. Wow. Ist einfach nur dumm. Weil bringt das ja die anderen auch noch in Gefahr. Oh, da oben ist auch noch was. Aha. Navigationssender. Der Laser! I bet the crystal in this laser system could work for the autodoc. Hope it's still intact. Very good. Ich dachte, ich verpasse dein Laser oder so. Und alle mitnehmen. Der ist bestimmt auch nützlich für später. Virgil, guess what I found for you. A new laser crystal? Oh! Perhaps some dried mushrooms. I hate to break it to you, but we're orbiting Jupiter right now. Why would there be mushrooms? A long shot, admittedly. But I find myself wishing. I left many things behind when I departed Luna. But my taste buds aren't among them. It looks like the crew tried to mount a defense here. For all the good it did. Those poor people. Ich glaub, sie hat da so ein bisschen Herz aus der Crew. Die anderen sind alle knallhart. This is awful. Have you ever seen anything like it? No. Not even on Ceres? Not even on Ceres. Pashang. Check the shoulders. UNN officers have those fancy bars. Huh? I know pirates are vicious, but... this is... You hear stories about people who spend too long off station. Go Bic Pagal. Bic Pagal? My belter is... It means really fucking crazy. This much violence seems pretty Bic Pagal to me. Can you hurry up? Working on it. I wonder if Toussaint was here herself. Or if she stayed back on the ship like some other captains I know. Another pirate corpse. That makes two in here. Better than none. Know anything else about the Europas Bane? Must be pretty massive to tear apart a frigate. The hell should I know. But if you learn any more about them, feel free to fill me in. There are no fancy strips. This was a massacre. No other word for it. The sooner we get out of here, the better. Have you checked the ceiling? If his mag boots were off, he might have drifted. That's the one. Poor Arthur. I'm sorry about this. I'm sorry about this. I'm sorry about this. Fuck, 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 fuck. Rayan, what's happening? Ah, 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 ah. An accident. My leg, um, it's stuck. Valota, you're the accident. Keep holding. I'll be right there. On one. Okay, ich kümmer dich um meinen Kollegen. Auch wenn der jetzt vielleicht ein Depp ist. Also nicht der, der andere, sein Zwillingsbruder, aber... Oh, das ist gerade geknickt. Am Schienbein. My leg. Samalo, Drummer. Samalo. Hold still. We'll see what we can do. What happened? Unexploded charge, I think. Pirates must have left it behind. Pacheng, you didn't scan first. Drummer, his suit is punctured and losing pressure. You need to release the vault and patch him now or he could die. The vault has O2, fuel, armaments. We can't afford to lose it. The Tresor verlieren, scheiß drauf. Hold on. Kaka. What are you doing? Oh, thanks. Oh, thanks. Oh, thanks. Oh, thanks. Das war die richtige Entscheidung, ja. Was hat er dir gemacht? Lieber den Typen retten, also sein Bein in dem Fall, oder den Container mit dem Nachschubzeug. Also tut mir ja leid, aber der Typ ist mir wichtiger als irgendwelche Güter. Hey, tut mir nicht leid. Und wir wissen ja, bei Telltale spielen ist es relativ egal, was wir machen. Das wird das Ende nicht großartig beeinflussen. Ja, vielleicht schon ein bisschen, aber... ...ist von alle Wege zum Ziel, sagen wir es mal so. Aber das ist mein Weg. Dass ich mich um meine Leute kümmere und nicht auf Scheiße, wie es Ding geht. Weil der ist ein netter. Ich verstehe aber nicht, warum die Zwillingsbrüder so unterschiedlich sind. So richtig krass unterschiedlich sogar. Schon... ...bisschen aufgezwungen, fast schon, finde ich. Na gut, dann kümmern wir uns mal um die Tür hier. Mal sehen, was dahinter ist. Aber! Vorerst will ich den Part beenden, das war's. Ich weiß, ich weiß, es ist jetzt fies, aber Spannung muss ja ein bisschen sein. Ich danke euch fürs Zusehen, fürs Liken und fürs Kommentieren. Wir sehen uns wieder zu The Expanse. Bis dann, ciao. ...